Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dragon Mary. So, endlich kommt der erste Teil zu Tierinfos Rennmäuse, oder mongolische Rennmäuse. Ja, dann fangen wir mal an. Mongolische Rennmäuse besitzen im Gegensatz zu Farbmäusen und Hamstern 20 Zähne, und zwar 16 Backenzähne und 4 Schneide- bzw. Nagezähne, wobei nur die Nagezähne nachwachsen. Die Geschlechtsreife bei den Jungtieren tritt ungefähr bei der 8. Woche ein. Wenn die Würfe kleiner sind, also weniger Welpen, dann kann das schon früher passieren. Die Rennmausmütter tragen ungefähr 25 Tage und bekommen 4 bis 7 Welpen. Wenn die Mütter aber während der Tragzeit säugen, kann sie die Tragzeit auf 45 Tage verlängern. Die Rennmauskinder werden nackt und blind geboren, sind somit Nesthocker. Die Zuchtreife, also züchten sollte man erst mit Rennmäusen, wenn sie 3 bis 4 Monate alt sind. Vorher sind sie noch zu jung und unerfahren. Rennmäuse sind eher soziale Tiere. In freier Wildbahn leben sie normalerweise in Pärchen zusammen, also weibliches und männliches Tier, und dann die Jungtiere. Jedoch, wenn die Jungtiere geschlechtsreif werden, werden sie aus dem Bau vertrieben und müssen sich ein neues Revier suchen. Die Ausnahme ist im Winter. Rennmäuse werfen normalerweise im Winter nicht, aber wenn die Jungtiere zu spät gekommen sind und es schon kalt wird, dann bleiben die Kleinen mitunter auch über den Winter bei den Eltern, werden dann aber gleich vertrieben, sobald es wieder wärmer wird. Daher ist es vorteilhaft, Rennmäuse auch in Gefangenschaften nur zu zweit zu halten. Die Körpertemperatur beträgt 38,1 bis 38,4 Grad Celsius. Ihr Herz schlägt ungefähr 260 bis 600 Mal in der Minute. Rennmäuse können in Gefangenschaft ein Alter von ungefähr 3 bis 4 Jahren erreichen. In seltenen Fällen werden sie sogar 5. Wobei man dazu sagen muss, das ist von der Zeit im Labor, weil Wildlebende, also wenn man jetzt eine wilde Rennmauze einfangen würde, kann die bis zu 7 Jahre alt werden. Das sieht man auch bei den Farbmäusen, beziehungsweise Hausmäusen, dass die Wildlebenden wesentlich älter werden als die aus dem Labor. Leider. Ja, das war der erste Teil der Tierinfos Rennmäuse. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ja, dann sage ich mal Tschüss, bis Freitag. Ja, dann schau ich mal Tschüss. Musik 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 Musik